Sehr verehrte Kunden, ich präsentiere Ihnen heute unseren VW Passat Kombi Baujahr 2016. Erste Hand, unfallfrei, 49.000 Kilometer, letzte Inspektion bei 46.000 Kilometern. In der Farbe Urano-Grau, 8-fach bereift, Alu-Felgen auf Winter- und Sommerreifen, mit Anhängerkupplung, Komfort-Line-Ausstattung mit sehr vielen angenehmen Extras, 2 Liter TDI mit 140 kW, gleich 190 PS, mit der AdBlue-Technik, also mit SCR-Katalysator, großes Navigationssystem, Sechsganggetriebe, Multifunktionslenkrad, viele sehr angenehme Extras, sehr ansprechende Innenausstattung mit Laderaum, Rollo und Trennnetz. Wenn Sie eine Probefahrt machen möchten oder eine Beratung wünschen, rufen Sie uns bitte auf dem Handy an. Vielen Dank!